Das letzte Mal haben wir das Rädal hier aufgebaut und die Schubladen unten eingeführt. Jetzt heißt es nur noch, alles was hier drin ist, wird am Ende nicht so drin sein. Daher bauen wir jetzt nur noch so ein Abladesystem auf. Das ist relativ schwer. Heute, oder jetzt, geht es an den Kurven ausräumen von dem Schrank und dann habe ich mir überlegt, was genau ein davon werden soll. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ich mache euch aber auf jeden Fall noch mal ein Foto, dann wird ihr echt noch mal ein bisschen schöner. Und daher, ich muss einfach hier die Sachen rausfallen und dann wieder einreichen, wo es auch hin soll. Jetzt ist es noch eine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt soweit fertig, dass ich sage, jetzt ist erstmal der Bereich, dass echt alles eingeräumt ist, was ich erstmal eingeräumen konnte. Viele Sachen werden noch eingeräumt, aber das seht ihr dann in der Roomtour, die wir euch dann am Ende des, relativ am Ende des Erdbeetkalenders dieses Jahres euch zeigen. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösungswort dieses Adventskalenders reinzuschreiben. Daher diesmal ist das alles Zahlen, was ihr finden mögt. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. Somit würde ich erstmal aber den Tag heute verabschieden und sagen, wir sehen uns morgen zum nächsten Tag wieder, wo wir dann den Schreibtisch wegbringen. Und das wird auch nochmal sehr spannend werden. Wie das genauer wird, schaut morgen sehr gerne vorbei. Nimm am Gewinnspiel teil. Damit einen schönen Tag noch, schöne Weihnachtszeit. Tschau. Tschüss.